Ja mach mal, mach mal. Ich hab auch eine Kolende. Na? Sehr hammer. Ich mach damit einfach das Schildplatte. Können wir doch einfach mal. Weiß ich wär jetzt alle Items nicht wieder an. Naja gut, aber macht es nicht Sinn wenn man das Item von 6, 20, 2, 3 macht. Ich darf halt Items sein. So mit 3 kannst du einen einfach nicht sehen. Ja, wir kommen zurück. Ja genau. Wir wollen jetzt nur ein bisschen artig sein, aber ich wollte schon zählen. Schla, schla, schla. Schla, 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 schla. Klipp noch auf 1, 2, 3. Der hat da Links. Mach auch Links. Wach 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 wach. Und gleich wieder auf 1, 2, 3, 3, 4. Wach 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 wach. Ey. Ey. Scheiße. Scheiße. Alexia. Alexia. Mann. Äh, es wird so was wieder ums. Alter. Überall Scheiße. Hoffentlich. So geht's aber ran. Und der Rest verstehe immer wieder ganz klein an. Boah wie. Ja. Wieso mach ich denn denn kein Schaden darin? Was passiert? Klipp noch nicht. 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 Wunderstatt, was dir jetzt hier gelöst. Total. Boah Mann ey. Wieso muss man den so oft treffen? Weil er denn Boss ist. Ja, aber warum muss man ihm den Kopf so oft bumsen? Tja. Der ist nervvoll. Achso, ja. Jetzt wird er dich bumsen. Hallo, Herr Denkschwanz. Warum dreht sich Zelda da immer um? Scheiße. Da ist ja jetzt nicht mal Absicht. Weil das Schild ein Herzlichen Guckstab. Ja. Voll nervig. Wie ist das Schild? Ja, aber Colin, du hattest ja gesagt, du gibst uns die Pizza aus, wenn wir es schaffen, wenn ich es schaffe ihm vorher Schaden zuzufügen, bevor du auf den Kacken wieder da bist. Also, ich hab's geschafft. Also, wo ist unsere Pizza? Tja, komisch. Du hast ja aufgenommen, dann kannst du ja gerne nochmal abspielen. Ne, das hab ich ja nicht mal aufgenommen. Ach du Scheiße. Tja, dann tut mir leid, dann kann ich leider keine Pizza ausgeben. Oh, 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 oh! Scheiße. Boah, direkt mit den Schaden. Schwarz. Oh, ich hab's ja nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Jetzt kann man auf die Pression. Schiebe mit vorne aufmachen oder muss ich bitte schön. Oh, 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 oh. Ich hab' ja die ersten Posse, aber noch Possilite. Ja, ich hab' ja jetzt nicht mehr. Okay. Wenn man weiß, wie... Dann fällt es erst mal herauf. Wow! Wow! Irgendwie mach ihm so keinen Schaden. Du mach ihm Schaden. Du bist fiesgeroll, gell. Aber du kannst die Klingel verknallen. Wow! Dad! Alter, wenn ich doch noch da habe. Blum 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 blum! So, also meine Pizza Colin. Aber Dalli. Du kriegst keine Pizza. Wenn du eine willst, kannst du dir gerne bestellen. Du hast mir eine versprochen. Hab ich noch. Oh, ich hab's gefallen. Ein Glück, dass die Stacheln nichts mehr hat ziehen. Hättest willkommen gewesen, dass ich mir das Willkommen gegen gelaufen. Ich bin da nicht gegen. Ne, ne, ich war da noch mit Sicherheitsabstand. Ich laufe einmal dagegen. Da war es noch gegen den Ableiter. Ja, das war. Boah, voll genial. Das sieht aus wie der eine Engel. Klauen? Klatsch ist äh. Bespalten? Was denn sonst? das ist doch voll sind von off-seo-monsters ach so oder fängeln weißt du das ist der 5-engel ach so aber weil ghanon ja 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 Hope you are a good kid, and I don't feel animals, I'd like to be mad at all. I'll take care of my parents, and I won't get outside of the place. I'll tell you what I want, and I don't feel like so good at all. I'll tell you what I want, and I'll give you a time, that's fine, and I'll eat in the water here. Nein, of course. I'llrecise them in the position for the force. I will make it with you, yes. Man, she'll do it all, thank you. Isn't she good at all? Oh, she's up in the house. Lotsaßen. Den übrigens mein U-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh gebaut hat. Glaub ich, diesen Marktliste. Was passiert mir nicht hin? Das macht, und das passiert. Und das. Und das. Und der Topfius wird fast ins DEW weg. Tja, du hast dann den Topfius gefragt. Irgendwie, ja, aber das ist ganz gut. Weil ... Ja, weil das dann passiert. Oh, mein Gott. Egal. Leicht das schon? Letzt nichts hinter Yeah! So, dann wollen wir doch mal putzen Ja und wir treten müssen auf, wo sich das so Uiuiui, wir haben alle Nummerierungen, dann werde ich das auch anhand der Nummerierungen machen Fangen wir mal mit Nummer 2 an, das war zu lang Ich würde mit Nummer 1 an Nummer 1 hab ich schon Ich würde mit Nummer 1 anfangen, dann leiden wir Boah, hast gesehen, wie ich den ausklicken Ja und hier geht's nicht weiter Siehst du mich verarschen? Bastard Das war ein Autobähne Das war das Licht Ja von wegen Du sagst jetzt Alter, wie war jetzt das aus, bevor das hier reingeflogen kommt, ey? Keine Sorge, wir essen es irgendwann Und es gibt was wirklich blöd Ja und jetzt, dass hier noch so ein paar fliegende Sprünge reinkommen Oh kein Mann, ey Wie so ein kleiner Hund, ey Was denn die müssen rein kommen? Oh fuck, alles ist hier am Arsch Ja So Geil Mann Ich kann es hier Kast halten Nope So Das kennt man ja Oh die Oh die U-U-U-Bish Das sind die Besten Die U-U-Bish Ja sind die U-U-Bish Hey Hey Das war so Geil Mann Der sieht, du hast was in der Haltung werfen? Ne, hab ich auch. Vielleicht kann sie wieder mit den Fischen spielen. Das ist noch die besten. Oh, frischer Fisch mal. Oh, da ist er schüchterner. Oh, da war ein Loch. Oder Wasser. Macht voll Sinn. Oh, der Kopf gegen Hammer ist nicht so gut. Ja. Uh. Warte. Ding, ding. Erkund. Warte mal ehrlich. Wer bezahlt dir eigentlich dafür, dass sie das die ganze Zeit machen? Ich? Nein, die sind nur beim Appenpalast. Hier ist ein anderer der Kurs. Oh, er ist es mal wieder. Manche Objekte existieren Simultan. Simultan ist nicht. Okay, mit ähnlicher Form. Oh, jetzt müssen wir erfahren, was wir machen. Doch, er verändern sich in beiden Welten. In der anderen Welten. Ja, ja, ja. Dann schauen wir doch mal an. What? Ach so. Nein. Okay. Das verwirrt mich mehr. Tja, das war's nicht. Oh. Da kann ich von einem Mal noch nicht kommen. Oh, die Fische sind da. Oh, hier. himingersisch. Ich testee ihn mal. Oh, die Fische. Warte, wie war das denn noch gleich? Achja. Genau, süß drauf. Und da freut es jeder da. Die du wirklich nie besiegen würdest. Oh Gott, klasse. Haha, wie ein verarschterter Lappen. So, da war noch einmal der Fäschchen. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier reingehe? Bleibt das alles so? Kann ich da auch kommen? Ja, ich wollte es ja nur wissen. Wie kommt mein Vollgas? Ich habe es nur überprüft. Du kannst ja noch eine Bombe reinwerfen und nochmal versuchen. Boah, hast du gesehen nicht den One-Hit-Rab, das war so im Ego. Du bist den Zugentopf immer so verarscht, er springt hoch und geh es einfach ordentlich durch. Das hat ja noch gezeigt. Ne, der andere, der ist halt noch mal. Der Feiler. Das ist halt Urgroßvater benutzt, um ihn zu fissen. Oh, der schickt ja ne Blumen. Die müssen wir nicht kriegen, Mann. Du hast ja erstmal den Pfeil verloren von seinem Kumpan da. Die arbeiten immer so im Team. Einfach Spam. Oh, das freut mich eigentlich. Jetzt haben wir Panik gekommen, ne? Oh, der Fisch! Ich hab dir den Fisch! Nein! Die Lösung in allen Rätsels! Nein! Du musst den Fisch damit reinigen und ins Wasser werfen. Nein! Haha! So, Moment, ich muss kurz überlegen. Ähm... Oh, das sind wieder die Fische. Wenn ich jetzt hier reingehe. Dann ist hier wieder Wasser, toll. Ja, und wenn ich jetzt hier durchgehe. Dann ist er wieder dein Freund. Ja. Hallo! Wenn ich jetzt hier links drüge, passiert gar nichts. Schau ist, weil du in der Lichtwelt den Spiegel nicht benutzen kannst. Und besonders nicht in den Räumen, nicht. Ja, ich meine. Man kann auch Zange machen, so. Ja! Dann siehst du mal, okay. Also ich kann nicht ins Wasser. Nö. Vielleicht bei den Fisch fahren. Dann kann ich schwimmen. Was ist denn? Wie ist denn aus dem Fisch, ey? Ey! Ich hab Wasser. Hm. Okay. Okay, das bringt nichts. Der Pilz. Tja. Der hat bisher nie was gebracht. Futter vom Pilz. Und dann denkt sie, du kannst schwimmen. Das wäre so ein Selbstgemacht. WTF, Zelda. Dann musst du das so machen, ey. Zückt mit der Lampe den Pilz an. Der entwickelt dann so Gase. Und dann kannst du fliegen. Das hat nichts gebracht, hab ich so das Gefühl. Tja. Mann, warum hab ich denn hier jetzt Wasser abgelassen? Das hat überhaupt nichts gebracht. Scheiß hat das gebracht. Ja. 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 Das ist ein kleiner Freund, der sich über Sachen klaut. Ich muss ihn mal öfter bei den Beclown lassen. Das ist halt ganz tolle Sachen. Boah, da steht ein Schild drunter. Da steht bestimmt ganz gewinnig. Nein. Ich lass mich zurück. are Ivan M으로, 다른 und brennt sie läuft selbst planlos. Tja. Dabei geht's echt seit der Umdomst des Drieges. Ein leichter. Tja. Es gibt ein wichtiges Team. Ok. Yooo, ha. Nein. Kann man durch, ja? Tja, das ist das natürlich nicht. Oh, das fickt mich gerade voll. Es ist viel zu spät für Rätsel. Okay, das bringt nichts. Alles was du da machen willst, bringt es nichts. Okay, das bringt nichts. Aber du kannst ja nochmal den Kumpel da und den Tüchtern irgendwie schwangen, was du so wissen. Und den Fisch. Haha, die auch. Alter, gut, hopp. Also den Glanz kann ja auch nichts sagen. Oh, guck mal da. Wo kommt das her? Oh, so weiß. Ist das Licht? Wir sind da rein, ist immer noch nicht durchgegangen. Vielleicht zeigt er ja gerade so einen Dämon und seinen Arsch. Und jetzt... Ja, ja. Hey! Dann geht's weg. Ja. 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 Wenn das jetzt nicht zupfen werden, dann ist das dann... Oh! 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 Wenn das jetzt nichts bringt, dann ist er dann... Oh, ey, wenn kommst du mit dem Fisch rein? Irgendwie steht der Fisch nicht auf Räumlichkeit. Mit dem Fisch kannst du auf jeden Fall was machen. Oh, das bringt bei den Tempel absolut gar nichts. Ja, ich schieb ihn mir in den Arsch rein. Und dann kannst du schwimmen. Das bringt's voll. Alles klar, ich beende hier auf jeden Fall mal die Folge, weil mein Hirn gerade Matsch ist. Deswegen bedanke ich mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.